Hallo und herzlich willkommen zum Sternensucher-Podcast Folge 13. Deine Gute-Nacht-Geschichten für schöne Gedanken zum Abend. Wenn du neu dabei bist, höre dir jetzt gleich Folge 1 an und sei von Anfang an bei der Geschichte dabei. Ich bin Mario Mietig und lese für dich heute Folge 13. Was ist mit Mama und Papa los? Erik sieht, wie Mama in sein Zimmer schielt. Ich hab gespielt! Ja, mit Lego, mit Cristiano Ronaldo. Und ja, er hat gesprochen. Plötzlich fängt Mama an zu lachen. Kleiner Spaß am Rande. Komm jetzt, es gibt Nudeln extra für dich am ersten Schultag. Dein Lieblingsgericht. Erik tapst hinter Mama die Holztreppe herunter und da sitzt schon Gregor vor einem dampfenden Teller und schielt ihn an. Dein Essen ist fast kalt, weil du zu spät kommst. Ich bin nicht zu spät. Erik rutscht auf seinen Stuhl und bekommt eine Portion Spaghetti hingestellt. So, guten Appetit, ihr beiden! Wo ist Papa? Er kommt gleich. Mama starrt auf ihren Teller und dreht die Gabel durch die Spaghetti. Dann lässt sie das Besteck auf den Tellerrand fallen, springt auf und steuert auf das Arbeitszimmer zu. Die beiden Brüder sehen ihr nach. Weißt du, was mit Mama los ist? Erik hat den Mund gerade voller Nudeln und schüttelt den Kopf. Doch seine Augen hängen immer noch an Mama. Am Ende des Ganges hören die Brüder Stimmen. Kommst du endlich, Mark? Deine Söhne warten auf ihren Vater! Warte, drei Sekunden, ja, ich muss das hier nur noch fertig machen. Plötzlich knallt eine Tür. Mama kommt zurück und schnieft. Ihre Augen sehen aus wie Glas. Ihr habt ja gar nicht weiter gegessen. Schmeckt's euch nicht? Es schmeckt super, Mama! Ja, erwidert Gregor. Ja, sehr lecker, Mama! Mama holt ein Taschentuch heraus, dreht sich vom Tisch weg und wischt sich um die Augen. Dann steht sie wieder auf und verschwindet im Bad. Die Brüder sehen sich an. Da kommt Papa den Flur entlang. Er pustet die Luft aus, so als würde er etwas loswerden wollen. Na, Erik, erzähl, wie war die Schule? Gut. Mhm. Hast du fleißig gelernt? Ja, Papa, nickt Erik und fühlt sich wie ein Bösewicht aus den Detektivfilmen. Ein Bösewicht, der gerade geschnappt wurde. Was habt ihr denn gemacht am ersten Schultag? Erik will gerade antworten, da kommt Mama aus dem Bad und setzt sich an den Tisch. Papa fragt weiter. Also, Erik, was hast du gelernt? Da dreht sich Mama zu Papa. Mark, es ist sein erster Schultag. Bitte hör auf, deinen Sohn so zu löchern. Papa schießt zu Mama herum, holt Luft, um etwas zu sagen. Doch dann sieht er, wie Erik und Gregor das Geschehen beobachten. Er steht auf, starrt Mama an, schüttelt den Kopf und verschwindet wieder in sein Arbeitszimmer. Mamas Lippen zittern, sie schluckt und sieht Papa hinterher. Da unterbricht Gregor die Stille. Die Nudeln schmecken vorzüglich, Mama, wirklich erste Sahne. Danke, mein Lieber. Ich bin schon satt, sagt Erik und schiebt sich vom Stuhl. Du hast doch kaum etwas gegessen. Ich hab heute keinen Hunger. Und schon ist Erik auf dem Weg in sein Zimmer. Er rast die Holztreppe hoch, knallt die Kinderzimmertür auf. Hoppel, du glaubst nicht was? Doch irgendetwas im Zimmer ist anders. Erik sieht auf den Boden. Auf das Bett, auf den Boden. Der Platz, an dem sonst der Drache Farburg sitzt, ist leer. Das Bett, wo Prono und Bumi sitzen, da ist niemand. Und auch die Stelle, an der Hoppel saß, ist frei. Alle Plüschtiere sind verschwunden. Wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht und ob Erik seine Plüschtiere wiederfindet, dann abonniere jetzt diesen Podcast und sei beim nächsten Mal wieder dabei. Wie es weitergeht, erfährst du dann in Folge 14. Und jetzt eine gute Nacht. Dein Mario Mietig Die